Musik 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 Ihr bezeichnet euch selbst als Kompetenzzentrum. Was zeichnet ein Kompetenzzentrum aus? Nun, also bei uns kann sich der Kunde wirklich jedes Modell, jedes BMW-Modell live ansehen. Bei uns sieht der Kunde auch nahezu alle Farben von allen Modellen. Es hat eine sehr, sehr große Auswahl an Gebrauchtfahrzeugen. Ich denke, ich übertreibe da nicht, wenn man wirklich sagt, wir haben die meisten gebrauchten BMWs in ganz Österreich. Aber es sind nicht nur die Motorräder. Es ist auch das Gesamtpaket, das BMW bietet. Wir sind ein Komplettanbieter, was die Bekleidung anbetrifft. Wir sind ein Komplettanbieter, was die Fahrzeugausstattung auch betrifft. Auch dort haben wir eine sehr, sehr große Auswahl hier im Laden, die der Kunde ansehen und anfassen kann, die wir am Fahrzeug präsentieren. Ihr habt Werkstattleistungen logischerweise? Auch alle Werkstattleistungen, sei es jetzt die normalen Serviceleistungen in dem Sinn machen, aber genauso auch Umbauten auf Wunsch des Kunden. Wir bieten auch natürlich an, jedes Motorrad, jedes aktuelle Motorrad Probe zu fahren. Wir haben also einen sehr großen Probefahrtpool, wo der Kunde sich zwei, drei Tage vorher melden kann und sagen kann, ich würde gerne zum Beispiel die neue GS probieren. Das ist bei uns alles möglich. Das ist bei uns alles möglich. Das ist bei uns alles möglich.